Niklas, ich will nicht, dass es so aussieht, als würdest du mich bevorzugen, weil wir zusammen sind. Du brauchst die OP. Ich will aber nicht von dir bevorzugt werden. Und jetzt überlegst du, sie von der OP abzuziehen? Wie, du operierst gar nicht? Nee. An wen soll ich mich dann wenden? Trauen Sie sich nicht an den OP-Tisch ohne den Meister der Herzen? Ich hab diese OP schon... Berger, ich bin immer noch schlecht gelaunt und nicht interessiert, mit Ihnen zu reden. Wer hat man schlechten Tag? Ich nicht. Wir sehen uns im OP. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Donnerstag um 18.50 Uhr im Ersten. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Donnerstag um 18.50 Uhr im Ersten.